jo leute was geht ab herzlich willkommen zum nächsten video und zwar was ist heute los montag ja meine freunde gestern war valentinstag und daraufhin hat mich heute der salvin ich hoffe ich spreche den namen richtig aus angeschrieben er hat einen kleinen lustigen song gemacht ja zum valentinstag für die shisha link von der facebook seite von ihm ist unten in der video beschreibung er macht auch ansonsten so ein bisschen musik ja schaut da mal vorbei es liegt auf jeden fall cool geworden müssten auf den text hören richtig geil geworden liegen groß noch mal ein dichter links unten in der video beschreibung wie gesagt von seiner facebook seite schaut doch mal vorbei gibt ihn like wenn er bock drauf habt ja und ich würde sagen macht euch eine pfeife an viel spaß mit dem lied jo leute was geht ab heute zum valentinstag hausche euch noch einen kleinen 16 heraus hört zu du bist die als mir ja die schönste die es gibt egal was alle sagen weiß ich dass du daßbeste bist von kopf bis bauch bist du perfekt geformt mein schrank ist gut gefüllt ich hab schon lange für dich vorgesorgt dir wird es Niemals an irgendwas fehlen Kurz bevor du gehst, werd ich wieder Kohle geben Ich mach dich heiß, bis du richtig glühst Du verzauberst mich aufs Neue, nur ein Zug genügt Ich mag es, wenn dein Kopf für mich raucht Auch alle meine Freunde haben schon an deinem Kopf gebaut Als ich dich das erste Mal sah, war ich weggetreten Ich ging zum Typ und sagte, du bist jetzt vergeben Ich machte ein paar Scheine locker und nahm dich mit nach Haus Ab jetzt bekommst du alles, was du brauchst Jetzt bist du mir, heute bin ich mir sicher Ich liebe nur eine und das ist meine Shisha